Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. Oh, wie das schon aussieht. Aber bei Tageslicht sieht alles gleich besser aus. So, wir gehen da mal rein. Licht ausschalten brauchen wir nicht mehr. Danke. So, da haben wir das. Meine lieben Hühner. Eins ist draußen, zwei sind drin. Immer schön alles zählen. Super. So, dann noch die letzten Planken, würde ich sagen. Den Kanister holen wir rauf. Jetzt dachte ich, da unten steht ein Tier. Die läuft noch immer. Ganze Nacht durchgelaufen. Super. Okay. So, dann füllen wir nämlich den Kanister da noch auf. Dann haben wir da noch Treibstoff drinnen. Wer weiß, wofür wir es brauchen. So, ein bisschen was ist ja noch zu bauen. So, und hier. Aber bald sind wir es. Bald sind wir es. So, super. Baum fällt. Einmal mit der Axt drauf. Baum tut. So, den werden wir gleich so machen. Dann haben wir hier. So, wir holen gleich die nächsten. So. Ja, bei Tag geht das ja gleich viel besser. Viel besser. So. So, und danke schön. Ah, so. Und ja, auf die Frage Inventar gibt es keins. Aber wenn ich hier drücke, das sehen wir hier oben. 175 haben wir noch. So. Den haben wir hier. Den stecken wir auf. Jetzt ist er voll. Der Kanister ist leer. Wunderbar. Das lieben wir sehr. So, mit den drei Planken laufen wir mal nach oben. Den Kanister tragen wir dann auch weg. Den brauchen wir ja, um zur Tankstelle zu fahren. Na, ich bin gespannt. So. Und hier. Dann können wir da oben ruhig rein. Och, cool. Glückwunsch. Du hast die Einführungsquests abgeschlossen und beherrschst nun die Grundlagen. Du kannst jetzt die Welt erkunden, zusätzliche Gebäude bauen, Tiere kaufen, züchten, neue Fahrzeuge erwerben und auf die Jagd gehen und deine Range erweitern. Weitere Details findest du im Glossar. Es ist Zeit, dein Gehöft zu einer florierenden Range auszubauen. Viel Glück. Enter. Super. Wow, ihr braucht Futter. So, ich hätte gesagt, Hausbau fertig. Da wäre unser Opi stolz gewesen auf uns. Wir gehen nochmal rein. Wow. Wow. Und das alles haben wir mit unseren Händen gebaut. Ist das cool. Okay. Mir kommen auch die Kasteln so bekannt vor. Schöne Küche. Jetzt auch Licht. Oh, Nippes. Das ist schon beleuchtet. Super. Ja, klein, aber fein. So, Toilette. Ja, es sieht ein wenig White Road. So. Ups. Sehr schön. So, dann gehen wir noch in den oberen Stock. Schauen wir uns das nochmal an. Da kommen so viele Einzelobjekte so bekannt vor. Ach, schön. Ja, das werden wir auch noch jagen. Offenbar soll man hier jagen. Oh, und wir haben ein Bettchen. Und wir haben ein Bettchen. Okay, drei Kanäle. Super. Vielleicht können wir mal gemeinsam fernsehen. Ist doch toll. Die Roomtour ist abgeschlossen. Ja, ich habe nicht acht Kilometer Einbauschränke. Aber, äh, gut. So extrem viel LED-Lämpchen haben wir auch nicht. So, das zum Entfernen. Da war der Hühnerteig. Super, ich hätte gerne die Eier. Ja, liebe Hühner, ich hätte gerne die Eier. So, den fahren wir jetzt wieder weg, oder? So. Super. Was ist das? Nix. So, wir holen den Kanister von unten. Ja, was sagt ihr? Die Einführungsquests überstanden. Werden wir noch ein wenig weitermachen? Ich hätte gesagt, ich mache jetzt noch so, keine Ahnung, zwei, drei Folgen. Und ihr entscheidet dann, machen wir weiter oder nicht. Das sagt uns dann das Licht. So, den wollte ich gerne da absetzen. Und mal da in den Schuppen schauen. Okay, kann man die? Nein, die kann man nicht nehmen. Ei, ei, ei. Oh, so viel Holz vor der Hütte. Super. So, dann nehmen wir mal den Kanister. Da ist eh nichts mit drin. Und müssen Hühnerfutter kaufen. Ja, ich weiß, das Huhn wird uns angezeigt. Warum uns das allerdings dauernd angezeigt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Äh, toll. So, kommt hierher. Dann würde ich sagen, wir holen uns noch... Da ist ja auch noch einer. So, wir holen uns noch den Kanister. Den Kanister. Wir holen runter die... Wir bringen runter die zwei Stämme. So, den noch. Weil wenn es geht, wer weiß, wofür wir das Holz noch brauchen. Dann haben wir da unten zumindest mal Holzplanken liegen. Ja, du könntest auch welche mit rauftragen. Ja, aber warum? Warum? Hier ist doch der Holzschuppen. Lassen wir das da. So. Und da oben haben wir dann noch... Vielleicht sollten wir den Schuppen auch gleich abreißen. Und mal über... Ach, unser Häuschen. Unser Häuschen. So, da ist er. Den tragen wir auch noch runter. So, den müssen wir ja... Oh, vorbei. Ich wollte gerade sagen, den müssen wir ja nicht unbedingt jetzt schon zersägen. Aber wenn wir schon da sind. So, super. Dann linge die da mal. Für später. So, wir müssen unbedingt Tierfutter besorgen. Also unbedingt. Also unbedingt. Wahrscheinlich, wenn das Futter weniger wird, geht der Lebensbalken runter. Das kann gut sein. Legen sollte keiner her. Ich fürchte. Wasserfutter. 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 Okay. Also bitte. Man muss bedenken. Early Access. Da gibt es einige Simulatoren, die wir vielleicht kennen und oder nicht kennen, die weniger haben. Es gibt eine Kuh. Es gibt eine Kuh. Da bin ich gespannt, ob man die auch schon haben kann. Wow. Also bei dem Wetter können wir nicht einmal einen ordentlichen Jagdausflug machen. Leider. Schön langsam über die Bahngleise. Was steht da drauf? Public Hunting. Ja. Los. Ja. Aber bei dem Wetter. Wir jagen lieber, wenn das Wetter gut ist. So. Public Hunting. Machen wir das? Machen wir es? Ich würde sagen, ja. Es kommt schön zu uns. Viel Munition. Aber alles kein Problem. So. Zumindest liegt es jetzt wo, wo wir es hoffentlich auch sehen. Die Teile. So. Och. Das arme Tier. Das arme Tier. Auch cool. Das Fleisch. Das arme Tier. Das coole Fleisch. So. Ja. Und auf die Frage natürlich. Es ist als Multiplayer angelegt. Weiß ich aber nicht. So. Wie und ob das so funktioniert. Och. Wie das Fleisch leuchtet. Das Fleisch. Immerhin. 100 Dollar. Eier haben oder nicht. Bin gespannt, wie viel die Eier bringen. In Relation zum Fleisch. Fleisch. So. Acht Hühner haben Platz. Vielleicht kaufen wir uns tatsächlich noch einen Huhn. Noch einen Huhn. Noch einen Ei. Noch einen Kassel. Noch einen Huhn. Oder einen Hahn dazu. Dann könnten wir uns so einen Eierbrüter. Eierbrüter. Nö. So ein Gerät. Dann können wir uns ein Gerät kaufen. So. Super. Also. Zuerst zum Laden. Nö. So. Laden. Wir haben einen Reh erschossen. Ja. Erste Frage. Die man einem Jäger stellt. Und heute schon gemordet. So. Map. Ja. Passt. Und die Welt erkunden. Ja. Da zum Beispiel bei einem Weg nach links. Würde mich interessieren, wo der hingeht. Aber zuerst müssen wir die Hühner füttern. Das ist ja unverantwortlich. Dann würden Tiere sterben. Uns überlassene, schutzbefohlene Tiere. So. Super. So. Fleisch kommt mit. So. Eins. Wenn ich den Eierkorb als Ganzes drauflege, verschwindet dann der Korb. Weil den Korb will ich nicht verkaufen. So. Wir werden das einfach testen. Wir werden das einfach testen. Ach, das Wetter wird wieder so mies. Jetzt haben wir die letzten zwei Tage schon so mieses Wetter gehabt. So. Verkaufen. Verkaufen. So. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt testen wir das mit den Eiern. Also 105 haben wir für das Fleischkrieg. Und wir haben die Eier natürlich nicht mit. Yeah. Ja. Vergessen. Vergessen, meine Freunde. Vergessen. So. Kaufen. Was können wir denn kaufen? Den würde ich sagen, Tiere. Den kaufen wir noch nicht. Aber wir könnten tatsächlich noch. Wir brauchen Futter. Wir brauchen auf jeden Fall ein Sack, zwei Sack. So. Wassertank brauchen wir eigentlich nicht. Werkzeuge, eine Luftmatratze. Wozu brauchen wir eine Luftmatratze? Kugeln könnte man kaufen. So. Stahlhäger und so weiter. Könnte man jetzt schon mal. Oh, ein schöner Rasenmäher. Und noch ein Huhn. Laden wir mal die Säcke ein. Moment. Laden wir mal die Säcke ein. So. Vielen Dank für deinen Einkauf. Dankeschön. Super. So. Da liegen die Säcke rum. Und dann noch zur Tanke. Wobei es ist 16 Uhr. Ob die dann noch offen hat. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Jetzt haben wir zwei Säcke Futter. Damit es uns nicht mehr ausgeht. Und hier ist irgendein. Aber, aber, aber. Habe ich mich verklickt? Habe ich mich verklickt? Wahrscheinlich. Ziemlich wahrscheinlich. Oh, nein. So. Kugeln 24. Woher weiß ich jetzt? So, ich ziehe im Laden mal die Waffe. Ah. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wie sie sich die Lägel feiert. Hey, sieh. Spielen Sie nicht mit dem Handy. Verkaufen Sie mir. Ja, okay. So, dann. Überwachungskamera gibt es da offenbar auch keine. Wir kaufen noch einen Huhn. So, super. Kaufen wir noch was? Ich würde sagen, das reicht mal. So, vielen Dank. Ein Huhn. So, super. Da ist es. Da ist es. Yeah. Unser neues Huhn. Es ist härter. So. Das Huhn. Da haben wir viel zu tun. Super. Wir haben zwei Säcke Futter gekauft. So, und ich glaube, die Straße so weiter, kommen wir. Nö. Geht sich das aus? Ja, es geht sich aus. Ja, ja, ja. So, mit unserem Chicken. Yeah, Chicken Jacken. Fahren wir jetzt die Straße da. Oh, ein Reh. Da bekomme ich ja gleich. So. Wann war er jetzt? Nein. Ach komm. Ja, wir können, wir können das nicht machen. Das Hertha beobachtet uns doch. Da können wir nicht ein Reh erschießen. Außerdem haben wir vielleicht keinen Platz auf der Ladefläche. Ich weiß es gar nicht. So, wie war denn das jetzt? Oh ja, zum Baumarkt. Super. So. Das Pfeilchen zeigt nämlich nicht in die Richtung, in die man jetzt, in die das Fahrzeug, das dachte ich nämlich vorher. So. Aber egal, weil, so weit ist es ja auch nicht. Oh, und da hat Hertha gleich einen schönen Ausflugstag. Ich finde das übrigens super, dass die Straßen jetzt nass sind und so weiter. Finde ich ganz, ganz toll. Weil das Licht dieses Wagens ist echt gut. Also in der Nacht gestern. Super. So, 18.30 Uhr. Das schaffen wir noch bis nach Hause. Tankstelle wäre gut gewesen. Wobei, wenn da eh keiner mit uns wirklich sprechen will, weil das alles über die Automaten geht. So, Moment, Moment, Moment. Beim Autohaus vorbei. Dann haben wir die ganze Map wieder abgefahren. Und beim Baumarkt waren wir noch nicht. So, hier ist das Autohaus. Der ist auch gut, der Typ. Hätte mich interessiert, was ein Auto kostet. So. Ach. Ist er noch da? Ist er noch da? Ist er noch da? Es ist open. Junge Dame, geben Sie mir diesen Wagen. Nein, ich ziehe meine Pistole jetzt nicht. So, verwenden. Nutzfahrzeug. Zwei Schweinchen. Okay. Ach so, Kapazität. Oder eine Kuh. Ein Quad. Quad. Oh. Oh, da gibt es ja echt viel. Und gar nicht so teuer. Und gar nicht so teuer. Interessant. So, meine Lieben, auf Wiedersehen. Ich komme wieder. Tö, 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 tö. Ach, schön. Interessant. Okay, dann werden wir irgendwann mal. Ja, die Bahnübergänge. Das ist immer ziemlich heftig hier. Heftig. So, wir fahren mit unserer Hertha. Dann hat sie auch mal die Map gesehen. Ja, bis auf den Baumarkt. Gebe ich ja zu. So, da fahren wir wieder hierher. Stehen hier das Auto ab. So. Dann noch ein wenig rollen. Der kann ist da. So, den stellen wir mal da her. Dann nehmen wir das Zeug hier. Hier ran. Und. Drehen wir mal auf. Yeah, Tank. Minus eins. Ach, ist aber teuer. Auch teuer. Auch ein wenig teuer. Auch wenn wir über die ganze Map gefahren sind. So. So, hier. Komm, wieder zurück. Treibstoff. Stecken wir gleich mal auf. Oder? Machen wir das gleich mal. Geht da noch mehr rein? Sag mal, wie viel? Dann machen wir einfach nochmal. Wir haben es ja. So. So. Und voll ist er. Super. So. Auto voll getankt. Und. Der Kanister ist voll. So. Jetzt aber. Da, 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 da. Wunderbar. Oh. Um neun. Wir kommen auf die Range noch. Zeitgerecht, um die Hühner zu füttern. Oh, wie cool. Da freue ich mich aber schon. So. Und wir haben ein viertes Huhn. Wir haben ein viertes Huhn. Yeah. Gut, die Eier haben wir jetzt nicht verkauft. Oh mein Gott. Irgendwann werden wir sie verkaufen. Heftige Kurven hier. So, da unten ist schon unser Häuschen. Sehr schön. So. Das könnte man natürlich. Oh, das können wir auch machen. Ich habe so viele Ideen, was wir machen können. Zum Beispiel das Licht abstellen. So. Chicken. Du kommst mit. Wie man das Huhn immer so haltet. So. Das Huhn ist tot. Häuten. Verdammt. So. Jetzt. Hierher. Die sind alle tot. Foto ist drin. Ja. Okay. Das kann man nicht mit dem Wasser hier füllen. Okay. So. Aber mit dem hier wahrscheinlich. Okay. Okay. Ist das voll jetzt? Die Hühner sind tot. Oh mein Gott. Kurz vor dem Ende hat es noch ein Ei gelegt. Ach, die Armen. Gut. Das bedeutet, wenn man sie nicht füttert, dann sterben sie. Ja. Ist schon klar. Aber der rote Lebensbalken. Ähm. Ja. Oh. Hühnchen. Hm. Wir brauchen die Hühne jetzt. Äh. So. Das verkaufen wir der guten Dame gleich und kaufen ein neues Huhn drüber. Äh. Ja. Ich stelle jetzt mal hierher den Sack. So. Dann vergesst man nicht. So. Hier drinnen. Huhn. Ach. Wie schade. So. Hühnchen. 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 Hm. Schade. 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 So. Wenn das Futter ausgekippt ist. So. Und den können wir da vorerst mal hier herstellen. Ich weiß, wir haben eine Garage, eine Scheune und so weiter. Das werden wir wahrscheinlich auch alles nutzen noch. Aber ich hätte gerne alles so hier zusammen. Kann man das Zelt eigentlich jetzt abreißen? Schauen wir mal. Abreißen. Geht das? Nö. Okay. Dann muss das Zelt hier stehen bleiben. Ja. Für potenzielles Festival haben wir jetzt ein Zelt. So. Und wir haben jetzt nur noch härter. Nur noch härter. Irgendwie traurig. Aber wir werden, ähm, tausend. Wir werden härter einfach Kollegen kaufen morgen. Ach. Bedauerlich. 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 So. Unsere drei Chikens. So. Meine Lieben. Tut mir leid. Aber. Hm. So. Geht das? Oh ja, wie cool. Das könnte man auch alles wegmachen. Und eine neue Scheune errichten. Ach, wäre das schön. Ach, wäre das schön. Schöne Verkleidungen runternehmen. In der Nacht reißen wir immer Sachen runter. Super. So. Der Anbau ist weg. Wow. Haus fällt. Super. Hallo. Und weg. Okay. 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 So. Auch die Bänke brauchen wir nicht mehr. Einfach auf alles wild draufschlagen. So. Dann bauen wir irgendwann mal eine neue Scheune. Und hier. Und alles ist weg. Yeah. Freier Blick auf den Wald. So. Gefährlicher Hammer. Das Werkzeug ist echt gefährlich. So, meine Lieben. Hertha, legst du schon ein Ei? Wir wissen es nicht. Hol dir dann ein Futter. So. Da mal rein. Oh ja. Ach, schön. Schön. So, meine Lieben. Das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.